Hey Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück zu Potion Permit. Ja, wir sind der Drachen Aloe immer noch auf der Spur und das Problem ist, das Leuchten rein Wasser brauchen wir. Dazu müssen wir aber offenbar den Kessel, naja, ich sage mal zweimal noch verbessern, womit wir überhaupt eine Chance haben, hier klar zu kommen. Das bedeutet aber, wir brauchen eine Menge Geld. Gehen wir gar nicht einfach hin, dann müssen wir immer noch hier die D37 finden, sammeln, also, ja, schwierig, rechter Knöchel, rechtes Knie. Ich wüsste ja schon, dass das mit der Aloe eine längere Geschichte wird, aber dass das so schwierig wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Na ja. Krieger schon hin, die packen. Brauche ich? Violett an jedem. Voller. Ja, schnell an Geld kommen müssen wir, ne? Äh, Rohstoffe haben wir mehr als genug. Na, ne, war ich spannend, äh. berries? Ich bin äh. Nein. Täman. Ja. Dann geht's. Oh. Was bringt dir das meiste Geld? Das Grunenspray mit? Ja, hab ich auf ihn gesucht. Panzer noch. Ah, das war nicht so. durch den stein nehmen den stein nehmen da gucken also hier brauche ich so ein knallteil noch mal ein hibiskus wenn ich echt nur damit was herstellen soll schwierig schwierig blut 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 ein rezept können wir auch machen Das hier hatte ich aber hier genommen, habe ich zwei Knallteile. Ich brauche noch Panzer, brauche ich noch? Ich brauche noch, ich brauche noch. Ich brauche noch, ich brauche noch, ich brauche noch. Ich brauche noch, ich brauche noch, ich brauche noch. 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 Ach nee, das war ja nicht der Monolith, der uns wusste. Ich brauche noch, ich brauche noch, ich brauche noch. Ich brauche noch, ich brauche noch, ich brauche noch. Ich brauche noch, ich brauche noch, ich brauche noch. Ich brauche noch, ich brauche noch. Wir hatten wasn't. Er hat es gegessen, aber gut hier nicht. enter karte, hey. Wo ist die auf? Oh, da krieg ich noch nicht mal den goldenen Panzer, ey. Das muss aber jetzt hier mal ein bisschen schneller herangehen, Mensch. Was sagst du? In Ordnung. Ich denke, dass ich das Ding dreimal, also noch zweimal ausbauen muss. Wie echt nie gedacht. Na gut, aber was willst du machen, ne? Kommt dazu. Hier, kriegst du den Fleisch. Hier, kriegst du den Fleisch? Wie steht das, Fische. Wir gucken nur noch einmal Leute, hörst du nicht. Ich geh mit mir zuerst. Was ist eigentlich, wenn du zuerst. Ich geh mit dem Spiegel. Ich geh mit dem Pfingeln. Ich geh mit dem Pfingeln. Oh, ich geh mit dem Pfingeln. Ich geh mit dem Pfingeln. Ja, das passt. Ja, ja, ja. So, hier hin, den Erwendel, die Sonnenblume brauche ich noch. Zwei, vier, das ist schon mal gut vom Preislichen. So, Lavendel schlappen, dann Steine hacken. Hier wird noch ein bisschen länger, Freunde, weil wir machen den nächsten Tag gleich nochmal mit. Das geht halt hier innen, wo jetzt gerade hin und der Finne besäugen, dann U-Stoppe. Ja, wenigstens das. Ja. Das war ja nicht noch immer. So, da ist der Tag schon mal wieder fertig. So, man kann hier eigentlich jetzt nicht wirklich Tränke oder irgendwas herstellen. Aber ich weiß, das wurde alles versauen. Bei den Rezepten. Wohl selbst dann sehen, er aus dem Laden ist, von der Schmiede. Dann stürzt er mich. Und das ist ohne Herz. Gut, kriegen wir heute Elchen. Echtes Auge und die Brust. Hm. Eifergebräu. War das dann schon mal? Noch nicht, ne? Noch nicht, ne? Eifergebräu. Ah, noch zweimal anfertigen. nichts rotes am besten oder wenn dann, naja gut, hier Fälle, Palle, Kram kann man schon mal machen Händen dazu Oh, scheiße Ich hätte eigentlich damit rechnen können, dass ich den Kessel noch wenigstens einmal verbessern muss naja Es ist, es ist Machen wir mal noch die Rasinas auf innen? Hm, 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 hm Ah, kriegst du mir nicht, kriegst du mir nicht Tamm, 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 tamm So, das hat man schon mal. Das war's. Das ist ja auch ein roter Pflanzer noch. Oh, genau. Kann man sehen, woher... Ich schmiede, wir müssen zu schmieden. Ja, da ist was. 3.000 brauchen wir. Mist. 3.000 Gold. Dann wird's noch eine Stufe geben müssen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Gold. Ich zeige Ihnen noch was von Maya. Ja, da ist das wir eigentlich mitgestellt sind mit dem Dock. Gibt's nochmal ein Abzeichen oder so. Na, hallo, Mabel. Vielleicht ist es großartige Arbeit. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Ha, ha. Nö, nicht wirklich. Ich hätte dir jetzt wahrscheinlich nochmal einen Mond weggegeben, aber bringt uns ja auch nichts. Na klar, Postamt, Warensortieren. Sieben Kisten. Pack aber in den Koffer, nehmen wir mit. Das war jetzt nicht das Schwerste auf der Welt. 25 gibt's dafür sogar noch. Das ist echt mies. was für den Knete gibt's. Recht mies. Da gibt's ja bei der Polizei mehr. Nehmen wir noch mit, natürlich. Oh, warte, 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 warte. Obwohl doch die Polizei kann ich noch machen. Da kann ich die Tränke herstellen. Der Vogel kommt erst um 17.30 Uhr. Das ist kein Problem. genau 13 sekunden darüber doch hier wieder nur 125 das ist echt ein witz was du hier kriegst am geld das rezept hat noch kein gedauern machen wir mal hier schon so ein einfaches so weit weiß auch doof was markus wir trocken da habe ich doch dafür Ach, der singt 2 Truppen. Was war denn das? Hm, der hört trotzdem drauf aus. Bosen, bosen, bosen. Bosen, 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 bosen. Einmal. Eintrag noch. Spree, gut, machen wir nochmal eins. Bosen, bosen, bosen. Bosen, bosen, bosen. Bosen, 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 bosen. Bosen, bosen, bosen.